So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Widget, gemeinsam mit Jem, Let's Play, Maudado und Verlooten. Wir sind die Hexen und müssen uns vor dem bösen Jäger verstecken, der Maudado. Der böse Maudado muss uns jagen. Der depressive Böse. Steiner, das muss versteckt sein. Ja, ich bin versteckt. Ich bin auch versteckt, auf jeden Fall. Ja, ja, ich bin noch nicht. Hallede, guck mal, da ist ein Boot. Ich bin nur eine Hexe. Wieso, es bewegt sich? Warum hat sich die Lampe bewegt? Hä? Wieso bewegt sich das Boot? Das ist mein Altes. Mein, mein Skill. Ich check das. Da oben ist irgendwas. Hundertprozentig. Ja. Genau, wir sind auf einer der neuen Piraten-Maps. Wir haben bei Paluten auch eine Folge aufgenommen, wenn ihr da gucken wollt. Ja, und bestimmt bei Maudado und Jem, Let's Play. Bei allen einfach, ja. Wenn ihr auf mit dem Boot. Wie werfe ich meine Glocke an? Mit Kuh wirfst du deine Fähigkeit. Was auch immer du als Fähigkeit hast. Wo ist Maudado? Ich will die mal sehen. Ich bin auf meinem Schiff. Ach, da vorne ist der Schatz. Kann er mal kommen? Ja, es gibt auch jetzt neue Power-Ups im Spiel. Zum Beispiel dieses Plus da vorne. Das heilt mich. Das kann einen sogar überheilen. Also selbst wenn ihr volles Leben habt, lohnt die sich. Achso, ich wollte gerade sagen, was passiert, wenn ich mich überheile. Ist gerade jemand auf mein Schiff gegangen? Oh, ich sehe da Maudado. Ist da jemand auf meinem Schiff? Oh, was machen hier Hexen? Warte, 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 ganz kurz, ganz kurz. Okay, ich warte, ich warte, ja. Okay, okay. Wie du hilfst ihm? Nein, ich will. Du, du, du. Du kannst er hier machen. Ich bring dich zu German Let's Play, okay? Ich bin ein großer Fan. Der wollte ich schon immer mal treffen. Du musst da, folge mir hier. Hat der seine Maske auf? Ja, ja, hat er. Ich habe eine Kerze auf. Veräppelst du mich gerade? Nein, 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 folge mir. Maudado, warte, warte, ich führe dich zu German Let's Play. Bleib da. Da ist er. Hier, hinter dir. Hinter dir, Maudado. Ich bin auch bei dir. Hinter dir. Ah, da. Bleib, bleib stehen. Hallo, German Let's Play. Nein, 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 da hinter mich. Hier, hallo. Okay, also der, der ist über mir. Da, Kuto, ich tanze da rum. Er ist über mir. Oh, Alter, was ist das denn für geiles Versteck? Ja, es gibt eine Fähigkeit, mit der kann man anstatt fliegen Sachen übernehmen. Wir in der Nähe sind. Ja, das ist richtig cool. Hast du schon mehr etwas übernommen? Ja. Ja. Sag mal, warum greift Maudado das nie an? Ja, danke. Was? Was? Ey, du hast ja, warum hast du Harvey an deinem Gürtel, Maudado? Ist das deine Nahkampfwaffe? Von Edna bricht aus, der Harvey? Ja, das ist meine, meine Nahkampfwaffe. Cool, du hast mich übrigens gerade schon runtergeschubst. Kannst du aufhören mit dieser blühen Muschel? Hey, Manu. Jetzt hör auf. Geil. Echt? Äh, äh. Da ist keiner. Hä? Ja, ja. Nein, nein. Das war's. Das war's. Das war er. Er ist weggeflogen. Mist, ich hätte mich nicht bewegen sollen. Ich, 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 ich gehe nicht. Da ist er. Warum ist es nicht? Nein, ich bin noch neun. Aua. Ich kann mich im Wasser nicht bewegen. Was? Hilfe. Dann, nimm die Glocke. Wo ist er hin? Bin ich, bin ich, bin ich versteckt. Oh, ich bin versteckt. Mit der Glocke. Wo ist er hin? Wollte ich keine Videos mehr verpassen. Aktiviert die Glocke. Wollte ich keine Videos mehr verpassen. Aktiviert die Glocke. Und schau mal in die Videobeschreibung. Da ist sein Shop. Wo ist er hin? Ist er noch im Wasser? Ich bin im Wasser. Ich bin da gerade richtig. Oh, was ist das denn da? Oh Gott, das ist ja kein gutes Item. Ich kräp dich. Da fliegt er. Alter Junge. Komm her. Das riecht doch. Entschuldigung. Außer du zeigst dich ohne Maske, oder nicht? Ja, hier, ich bin auch ohne Maske unterwegs. Oh Gott. Ist er ertrunken? Woran hast du? Ist er mir ertrunken? Ich kich genau tot unter dir, Marlado. Ich bin im Himmel. Nein, ich habe ein Explosionsfass übernommen und eh gedrückt. Was? Okay, du kommst auch sterben. Oh, wo ist denn das Explosionsfass? Da. Warte, Marlado, warte. Da vor dir liegt es. Alter, da. E. Du spreng mich. Spreng mich. Ah. Marlado hat gewonnen. Ja. Ja, dankeschön. Ey, das ist krass. Na, cool, dass das geht. Ja. Ach, du neunzig Schaden. Deine Verstecke waren echt sick. Mit diesem Übernehmen, als Maudade dann... Ja, mit dem Übernehmen kann man sich echt gemein verstecken. Ja, vor allen Dingen, er hat das ja abgeschossen. Und dann ist es nochmal so in verschiedene Teile zerbröselt. Und du lagst dann da ja einfach nur so rum. Der hat mich... Ach so, du warst echt der Totenkopf an der Waden, den ich abgeworfen habe? Ach so. Und deswegen bin ich einfach nur runtergeplumpst. Maudade, schon wieder? Oh, komm, lass alle Bombenfesse übernehmen und uns sprengen. Ja, ja. Okay, sehr gut. Ich dachte, das ist echt ne gute Idee. Komm. Oh, da ist ein Piratenhut da oben. Der würde ich gerne sein. Oh, Alter. Ich bin kein Piratenhut, Maudade. Okay. Guck mal, Leute, ihr könnt mich verkaufen. Okay. Äh, was bist du denn? Oh, ein Paluten. Ein Emerald aus Mienkraft. Oder fängt der Maudade drin an? Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, Alter. Ich komme nicht hoch, ich kann nicht genug fliegen. Ich fange irgendwo an. Ja, will mich jetzt einer verkaufen oder nicht? Ich will dich verkaufen. Was bist du denn? Also, du bist auch grün. Ja. Ein Emerald, ein Emerald. Der fährt einfach aus wie ein Tattoo. Wo? Zerläufst du denn? Ja. Wie bist du da hochgekommen, Paluten? Du musst einfach nur hoch fliegen. Ey, warum Wound? Ich verkauf dich, ich verkauf dich. Nein, warte, warte, ich bin fast die Blumea wertvoll. Nee, mach aus dir Gulasch. Wie, du bist nicht mehr wertvoll? Ja, ich war Fake, ich war China-Ware. Ich habe ein Rätsel für dich, Maudado. Ich habe auch ein Rätsel für Maudado. Siehst du einen riesigen Totenkopf irgendwo? Nein, das ist kein Rätsel. Siehst du einen riesigen Totenkopf irgendwo oben an der Wand? Im Himmel nicht. So ein Totesser-Totenkopf. So eine Höhle oben. So eine Totenkopfhöhle. Was wollen wir, kommt zurück? Weit oben. Ah ja, ich sehe, ich sehe. Siehst du da irgendein Auge blinken? Oh ja! Ja genau, da ist vielleicht jemand. Da ist jemand? Ja, vielleicht. Gibt es ja auch Poverums? Alter! Ich will da rein. Manu, guck mal her, ich schieße dich ab, okay? Ich schaffe es nicht. Ich will dich abschießen, Manu. Ja, mach. Bist du so da, dass ich dich treffe? Oh, Pilze! Wurden die verändert? Ja! Aua! Oh, da ist die kann man oben oben oben. Bring hier mal alles. Ich kann nur einmal schießen. Ach so. Hier fülle ich einfach nur rum. Hallo! Das ist toll, das ist weg. Jetzt bleib doch stehen! Oh Gott! Jetzt bleib doch stehen! Spring doch! Spring doch! Wie ist Nahkampf gewesen? Nein, ey! Ich habe Escape gedrückt. Ja, sehr gut. Mausrad war, glaube ich, Nahkampf. Ah ja, danke schön. Ich habe ein paar Looten umgebracht. Warum? Ja, warum? Ihr habt dir nichts getan, Mann. Ja, ganz im Ernst. Ich wollte ihn besuchen, dann ist er weggerannt. Und dann habe ich gedacht, nee. Heute ist er mich besuchen. Alter, Mann, da hat er unendlich fliegen gedroppt. Echt? Ich fliege gerade auch unendlich. Ich komme in die Neu. Uuuui! Wie lange hält das? Ach, das ist ja ewig. Cool. Ja. Ich fliege gerade. Aim! Ja, mit den kleinen Kartoffeln über die ganze Welt zu schießen. Viel Spaß. Jo, Maudado ist fast bei dir. Oh, noch ein Hit. Oh, noch einer! Unglaublich. Ich muss irgendwas werden, was ich nicht getroffen habe. Kein Wunder, dass ich bei der Essel bin. Okay, schnell fluch, 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 fluch. Schneller. Ja, in 20 Sekunden fliegen. Wo gehst du da hin? Wo bin ich hin? Hallo, Maudado. Du gehst immer ins Wasser und dann bist du plötzlich weg? Ja. Hinter dir. Oh, ich fliege hier. Ja. Ich aime, ich aime. Wo hat Maudado angefangen, frage ich mich nur. Hier, was ist das? Im Piraten. Hey, hier im Wasser geht es doch niemals hin. Ja, er ist doch schon lange weg. Ja, aber wo ist er da hin? Nein, ich verstehe das Prinzip nicht. Keine Ahnung. Ich komme zu dir. Ah! Oh! Oh! Hä? Jetzt habe ich ihn. Ich bin komplett unter dem Steg entlang, einmal im Kreis. Ach so, okay. So, Maudado, komm her! Hä? Okay. Machen wir Schere, Stein, Papier, okay? Oh ja. Schere, Stein, Schere! Ich habe es geschafft! Oh ja! Ich bin's! Ja, okay. Jetzt können wir Manu eh bestreuen. Ja. Ja. Okay. Ich bin Grape. Gut. Gut getroht. Ja, meinst du, ich glaube ihm das? Nee. Malouten, komm zu mir. Ja. Wo ist, wo ist Mia? Ich komme zu dir. Was soll ich zu dir? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich bin tot. Oh Gott, ich habe, ich habe... Oh, ich war so brainwärter. Somebody, warte! Ich will rein. Nein, ich will, dass Malouten reingeht. Ja, warte, warte, Mann. Ich war gerade ein bisschen dumm. Wo ist denn rein? Du musst ja ein paar looten, ein paar looten. Ja, geh rein. Ja. Ist das lustig? Was seid ihr denn, Leute? Das ist nur irgendwie zu kriegen, okay. Hey, warum bist du raus? Du hast mich rausgeklitscht, oder? Nee, nee, nee. Lass mich auch rein. Lass mich auch rein. Okay, okay, okay. Bitte. Alter, ihr könnt ja überall sein. Was soll das? Lass rein, Leute. Okay. Ja, und jetzt zu. Ja, ich versuch's? Ja, okay. Ja. Und jetzt stellen wir uns hier unter das Haus. Unter das Haus. So. Okay, Leute. Gehen wir auf, K. Drücken wir hier ein paar testen. Okay. Wo ist er denn überhaupt? Ich hab absolut gar keine Vorstellung davon, wo ihr sein könntet. Ich glaube, er ist mehr, als wir glauben. Ich glaube, der findet uns nie. Also, ich hör' ihn. Ja, ich hör' ihn auch. Und er hört uns bestimmt auch. Ja, ich hör' euch. Alter, Leute. Ich durfte es so zu provozieren. Ah, da ist er. Hä? Wir sind sicher, Maudade. Wir sind sicher. Alles klar, Manu? Ich versteh' das nicht. Was ist das? Oh, warte. Hä? Hä? Was ist das denn? Ich bin euch komplett betrunken. Flucht! Ah! Wir sind in Sicherheit. Nein, oh Gott! Die Kiste muss fliegen. Ah, warum war das ein ganzes Fass von Obst? Ich wollte nur ein kleines Obst-Ding werden. Oh, oh, einen guten Lauf! Ich überleb das. Ja, ich probier's. Ich habe ihn. Ja. Nein. Sag das denn. Ja, ich habe ihn. Hä, aber ich habe doch... Ah, die explodieren nicht, okay. Ja. So. Wo seid ihr denn? Ich sag's nicht. Mich kriegst du nicht. Geht ihr ja auf K? Ja. Der ist schon weg. Also, Manu, ich gebe dir einen Tipp. Obst. 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 Ja, auf der Map voller Obst ist es ein echt guter Hinweis. Okay, okay. Holz. Rapid Fire Collected. Ja, jetzt kannst du ganz schnell ballern. Okay, ich guck mal. Ja, aber wo ist er... Obst. Obst Stand. Obst Stand. Obst. Obst. Obst, ob es heiß ist. Manu? Ja. Obst Stand. Ja, Hi. Hier, da ist er doch. Ach da, hallo. Hallo? Ey, der verarscht mich! Selbst mit der Wienweiß wird's schwer. Daniel, der Tipp ist, die Füllung des Obststandes. Die Füllung. Ja, Manu, man füllt nämlich das Obst. Was meinen die? Ja, guck mal in die Kokossoße rein. Da ist Maudardo, ganz klein. Hä? Das ist doch schon ein bisschen Stroh im Alter. Das risst du auch nicht? Hä? Das hatte ich gar nicht gesehen, Maudardo. Nein, was warst du denn? Er war unter dem Stand der Melone. Perfekt. Oh nein. Boah, Alter. MLG-Move. Yes! Jetzt verschwind! Jetzt verschwind doch! Lass mich doch treffen! Maudardo ist unsterblich. Junge! Ripp Maudardo, Hexe. Ja, ich darf suchen! Oh, ich bin Hexe. Ich hab Bomben. Alter, wir machen was ultrawitziges mit dem. Ja, ja, mobbt mich. Wie in der Schule, bitte. Okay, okay, okay. Ich bin Fernrohr und jetzt brauchen wir nur noch ein Gesicht. Kann jemand so ein Totenkopf sein? Ja, wo, wo denn? Wo gibt's die denn? An dem einen Haus. So, guck mal Leute, jetzt hab ich den Staubsauger. Jetzt kann ich die alle ansäumen. Oder ich kann stampfen mit Rechtskrieg. So, und ich kann höher springen mit dem Stampffähigkeit. So, wo sind sie? Oh ja, perfekt Manu. Und jetzt halt dein Loch. Ah, warte, warte! Ich wüsste nicht, wo du bist. Du bist voll aufsichtlich vor mir verwandelt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Kriegst doch ne Chance, Balou. Du bist wirklich großzügig. Äh, Leute, ich bin ne Hexe. Manu? Ja? Bist du versteckt, Manu? Nee. Äh. Oh. Hallo. Nein, aufhören. Hä, warte, du bist nicht Manu? Ich wollte Manu hören. Warte, Manu ist die Kiste da. Warum wolltest du mich denn jetzt? Hallo! Manu ist die Kiste! Ja, aber... Richtig so. Kiste. Hey, jetzt ist er weg. Jetzt hast du ihn verpasst. Deine Chance. Boah, ich bin so krass versteckt. Alter, wie geil ist denn diese Fähigkeit? Da hüpft Manu von Objekt zu Objekt. Ist... Ja, die ist halt komplett OP. Ja, ja, die ist ein bisschen krass. Aber dafür kann man nicht fliegen und fliegen macht Spaß. Ja. Ah. Das stimmt. Manu, siehst du mich? Ja. Okay, guck mal wo ich hingehe und guck, ob du dich in das verwandeln kannst. Wo bist du denn jetzt? Ich hab... Siehst du mich? Ja? Wo bist du denn? Das ist genau. Man kann sogar da ernsthaft? Da ernsthaft? Hallo? Da! Da! Bei dir dran! Zombie! Da ist es! Geh doch hin! Wo? Und jetzt ist der Riesenanker! Oh! Oh, der Anker! Und da fällt ins Wasser. Er flieht! Er... Er... Hol ihn doch! Ne, Kokosnuss! Er hat den Kokosnuss gehält. Hallo? Die liegt da... Die liegt da echt... Ach... Alter, man kann ja gedrückt halten! LOLL! Alter! Das war ja gut! Das war ja gut! Ich hab gerade so gemerkt, dass man gedrückt hat. Ich war instant tot! Somit, 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 somit! Ja, gut, Leute! Dann war es eine kleine Runde Widget! Ich hab euch Spaß beim Zusehen! Schaut noch bei German Let's Play, Paluten und Maudado vorbei! Die haben auch Videospiele auf ihrem Kanal! Alter, du liest die Namen echt ab, kann das sein? Maudado und Maudal! German Let's Play... Äh, bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao! Wir sehen uns auf Wir sehen uns auf точки Danny 립s Publieśćrä vague! Detieg insın! Was dun oder reconoc? Ja! Auf ein Frems efficiently!